Für mich ist das kreative Schaffen wie ein fortlaufender Tanz. Eine Bewegung, bei der mich Impulse erreichen, die neue Ideen entstehen lassen. Ich beginne Einflüsse von vielen verschiedenen Orten zu sammeln, inspiriert von unterschiedlichen Elementen, die oftmals nicht im Zusammenhang stehen, aber bei mir hängen bleiben, weil sie mit mir resonieren oder einfach etwas in mir auslösen. Am Set muss ich meiner Kamera vertrauen können. Sie muss zuverlässig und intuitiv bedienbar sein, damit ich mich darauf konzentrieren kann, was um mich herum passiert und damit ich auch offen bleibe für diese Impulse, für diese authentischen Momente, die einfach entstehen. Mit der neuen GFX100S II hat Fujifilm es geschafft, einen Mittelformatsensor in ein noch leichteres, aber dennoch robustes Kameragehäuse zu integrieren, was mir besonders für meine Arbeit draußen sehr zugute kommt. Die Fotos fühlen sich sehr nah an meiner eigenen Wahrnehmung an. Sie erinnern an diesen Moment, wie ich ihn wirklich erlebt habe und deshalb fügt sich die neue GFX auch nahezu in mein Workflow ein. Inzwischen habe ich diese Kamera nicht nur am Set lieben gelernt, sondern nehme sie auch gerne mit auf alle Abenteuer und kann so auch meine Kreativität ganz neu erkunden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.